Also, folgendes, damit wir in den Ender-Dragon-Fight kommen können, müssen wir im End dieses Konstrukt hier oben bauen und müssen am Ende so einen Stern da durchwerfen. Dementsprechend müssen wir jetzt schauen, was wir alles dafür brauchen. Was macht ihr für ein Let's Play? Wir werden jetzt ein Custom-Ender-Dragon-Fight auf dem Server spielen. Okay, wir brauchen, noch mal ganz kurz, eins, zwei, wir brauchen sogar nur vier Amethyst-Blöcke. Okay, eins, zwei, drei, vier Amethyst-Blöcke. Wir brauchen eins, zwei, drei, viermal. Das Ding ist, ist das nicht der Glazed Terracotta, den ich auch an... Das Ding ist, ich glaube, das ist der Glazed Terracotta aus meinem Boden. Aber ich weiß nicht, ob ich meinen Boden dafür benutzen will. Ist das in der Mitte in den Respawn-Anchor? Also, Glowstone habe ich auch. Wir brauchen zwölf Nether-Brick-Walls. Wir brauchen zwölf Purple-Candles. Und wir brauchen halt diesen Stern. Die Boys meinten, dass man diesen Stern bekommt, indem man irgendwie einen Wither tötet. Wir haben Glowstone, wir haben Obsidian, wir haben Purple-Grayed Terracotta, wir haben den Amethyst-Block, wir haben den Respawn-Anchor von Epopo und wir haben den Stern von Undergrinder. Ich mache die Kerzen, weil ich habe auf jeden Fall genug Strings. Perfekt. Okay, wir brauchen zwölf von den Kerzen. Okay. Passt, kommt ins Portal. Okay. Let's go. Yo, let's go. Will rein. Ich muss da einmal crouchen. Ja, moin. Yo, was ist das denn? Ah, guck, hier ist auch, in der Mitte ist direkt das Kreuz. Ein Amethyst-Block. Aber ich kann es leider gerade auch nicht ändern. So. Okay. Okay, jetzt müssen wir die Kerzen noch aufstellen. Purple Candle. Weißt du, was der größte Fehler ist, den wir gemacht haben? Die Kerzen müssen ja auch brennen. Hat jemand Flinten-Steel dabei? Ich habe den Stern. Okay. Soll ich ihn reingeben? Ey, ich habe ein bisschen Schiss, ne? Ich sage es dir, wie es ist. Ich habe ein bisschen Schiss, was uns da erwartet. Und können wir bitte zusammenarbeiten? Sonst werden wir einfach alle sterben bei diesem Fight. Zu eine Million Prozent. Ja, er ist drin, er ist drin. Was passiert? Was passiert? Was passiert hier? Wir haben Jean gespawnt. Ich sehe Jean nicht mehr. Nein, in der Mitte. Sie steckt im Wasser fest. Alle Pfeile drauf. Schießt sie ab. Oh mein Gott, der Dragon hängt da im Wasser fest. Junge, ich kriege ja Höhenangst nur beim Runterschauen. Oh mein Gott, okay, ich habe es. Warte, hier oben sind Kristalle drauf. Ich glaube, die müssen wir... Ja, wir... Oh mein Gott, da war Wasser unten. Sch... Da habe ich Angst bekommen. Jetzt kommen Endermänner! Boah, der ist so hoch. Junge, wie hoch diese Türme sind. Das ist ja crazy. Okay, wir müssen noch höher. Junge, wie viele Blöcke hoch bin ich mittlerweile? Da hilft Feather Falling auch nichts mehr. Je höher man baut, desto höher fliegt Jean. Alle runter. Okay, okay, okay. Wir bauen alles ab. Endermänner spawnen! Äh! Was? Okay, warte, warte, warte. Die sind aber kein Thema. Die sind kein Thema. Die sind kein Thema. Oh mein Gott, was ist das mit Sound? Jean die Zweite? Warte, was? Was ist... No! Warte. Wer ist Jean die Zweite? Was passiert? Äh! Was passiert? Wer ist Jean die Zweite? Was macht die jetzt anders? Was passiert? Wer ist Jean die Zweite? Oh mein Gott, was passiert? Ich muss mal die restlichen Enderboys hier noch killen. Ey, baut sich wieder immer hoch. Weil die wieder so hoch fliegt. Äh! Oh mein Gott, warum tippen die sich die ganze Zeit? Ah! Das sind Enderboys. Okay, ich muss kurz essen. One sec. Nein, Enderman, one sec! Ich kann gar nicht. Wo ist Jean wieder? Ich würde sagen, wir teilen auf. Also ich würde, ich würde weiter Enderboys fighten, weil ich treffe eh nicht. Okay, dann mach ich Jean. Mach du Jean? Es gibt ein Team Enderboys und Team Jean. Okay, aber die Enderboys sind weniger geworden. Das ist gut. Weiter unser Feuer auf Jean fokussieren. Okay, okay, Jean ist gleich down. Jean ist gleich down. Jean is one hit! Ich schlage mit meinem Fleisch. Das ist nicht gut. Nein, Luna! Jean is down! Ich glaube, wir haben es. Wir haben es geschafft, Friends. Ich bin stolz auf uns. Digga, wer hat mich angezündet?